Schien und Lu, wir sind hier heute in der Südpfalz auf der Straußenfarm zu Gast. Hast du dir schon eine Führung am Anfang mal bekommen? War es interessant? Konntest du etwas mitnehmen von diesem Besuch hier? Ja, war recht interessant. War auch ganz lustig, die mal live zu sehen. Und ich habe hier so ein Straußenei bekommen. Ja, mal schauen, was man damit anstellen kann. Was war das für ein Gefühl, als so ein Strauß auf dich zugekommen ist? Ja, ich war kurz auf jeden Fall erschrocken. Groß und auf jeden Fall schnell. Ja, ich war kurz auf jeden Fall. 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 Untertitelung des ZDF, 2020